Klar ist es, dieses Jahr ist kein Fußball, der schmeckt wie Kaviar, muss man auch sagen. Ich war in der Vorbereitung zum Spiel dabei, habe zwar dann im Endeffekt nicht gespielt, trotzdem sehe ich mich da genauso in der Schuld wie die gesamte Mannschaft, auch wenn ich nicht auf dem Platz gestanden habe. Aber wir sind ja als Team auch die Spieler, die nicht gespielt haben, haben ihren Beitrag dazu geleistet, dass wir nicht in der Top-Verfassung waren auf dem Platz. Das muss man klipp und klar so sagen. Und da muss jeder sich in so einer Phase oder nach so einem Spiel auch selbst hinterfragen. Schlecht ist wirklich das Wort, was am besten für das Spiel passt. Und das schlechte Gefühl, das war schon auch noch bis gestern da. Wir haben dann heute mit der Videoanalyse das Spiel endgültig abgehakt, haben das klar angesprochen, was am Wochenende da passiert ist. Ich glaube, dass auch nach dem Spiel schon sehr, sehr selbstkritische Töne gekommen sind. Ich glaube, dass es da auch keine zwei Meinungen über unsere Leistung gibt, dass das einfach, dass das nicht ausreichend war. Das muss man klipp und klar so sagen. Also so in allen Bereichen. Da braucht man auch das ganze Spiel jetzt nicht so einzeln zu zerstückeln, sondern es ging von Anfang bis Ende war es einfach zu wenig. Klar ist es dieses Jahr kein Fußball, der aussieht oder schmeckt wie Kaviar, muss man auch sagen. Um das mal so auszudrücken. Aber wir sind schon in jedem Spiel konkurrenzfähig gewesen. Es gab kein Spiel, was wir richtig hergeschenkt haben, wo wir richtig komplett chancenlos waren. Ausgenommen jetzt mal das Hertha-Spiel vom ersten Spieltag, was ich schon angesprochen hatte. Ja, aber wie gesagt, im Endeffekt war es einfach am Wochenende nichts. Jetzt sollten wir schon eine Reaktion zeigen am Wochenende. Und ich hoffe, dass da jeder sich auch darüber Gedanken gemacht hat. Und ich glaube auch schon, so wie ich unsere Mannschaft kenne, dass da jeder selbstkritisch genug ist, um dann zu wissen, dass das eine Reaktion braucht am Wochenende am Samstag in Leverkusen. Auch wenn es eine sehr schwere Aufgabe ist. Aber ich glaube, wir haben auch schon bei anderen schweren Gegnern gezeigt, dass wir da durchaus gute Leistung bringen sollten. Von daher geht es darum, eine Reaktion zu zeigen. Und das ging jetzt heute im Training schon los. Ich glaube, dass da guter Zug drin war. Aber das Wichtigste ist, dass wir das bis Samstag transportieren und dann Samstag auf den Platz bringen. Angst habe ich keine. Aber natürlich ist da, wir haben schon immer einen relativ normalen Druck, sage ich mal. Klar, man beschäftigt sich natürlich mit der Tabelle aufgrund auch der letzten Saison. Da muss man nicht drum herum reden. Wir hatten aber einen sehr großen Druck schon vor dem Mainz-Spiel gehabt. Da haben wir es einigermaßen noch abgewandt, direkten Konkurrenten distanziert. Jetzt am Wochenende hatten wir für uns die Verhältnisse dann einfach Glück, dass alle anderen auch verloren haben. Aber wir haben von Anfang an gesagt, es wird eine schwere Saison, wo es nur um den Klassenerhalt geht. Und deswegen sind wir persönlich als Mannschaft da extrem sauer über unsere eigene Leistung vom Wochenende. Weil das Spiele sind, wo wir hätten nochmal einen guten Schritt ins gesicherte Mittelfeld machen können und das absolut verschenkt haben. Und das dürfen wir uns nicht erlauben. Deswegen, Druck ist immer da, aber Angst habe ich keine. Man weiß natürlich jetzt die Situation deutlich besser einzuschätzen als im letzten Jahr. Deswegen, wir sind alle, alle Antennen sind an. Wir wissen, dass wir, auch wenn wir jetzt, sage ich mal, vier Punkte davor sind, auch nicht jetzt gerade in der direkten Abstiegszone stehen, dass es da ein kleiner Schritt hin ist. Wir aber auch immer wieder große Chancen am Wochenende haben, einen großen Schritt zwischen uns zu bringen. Ich glaube, das sind wir uns allen bewusst. Und ich fühle mich jetzt einfach von Spiel zu Spiel besser. Natürlich dann nochmal mit der letzten Woche vor Weihnachten, wo ich dann auch drei Spiele in sieben Tagen absolvieren konnte. Das ist dann schon auch für einen persönlich nach so einer langen Verletzungspause nochmal so eine Art Belastungstest. Das habe ich sehr gut überstanden. Von daher bin ich da, was das angeht, was das Körperliche angeht, sehr zufrieden auf einem sehr guten Weg. Für mich ist es immer ein relativ gutes Feedback, wenn ich in der Startelf stehe. Also ich glaube schon, dass ich meine Qualitäten auch schon gezeigt habe, dass ich torgefährlich sein kann. Das möchte ich einbringen in die Mannschaft. Ich glaube, dass ich eine hohe Ballsicherheit habe, ein gutes Passspiel habe. Aber natürlich auch wieder, wenn ich bei meiner hundertprozentigen Leistungsfähigkeit bin, bei meiner hundertprozentigen körperlichen Fitness bin, dann auch wieder diese dynamischen Aktionen habe, die ich auch vor meiner Verletzung gehabt habe. Ich glaube, das hat mich da auch immer ausgezeichnet und da möchte ich wieder hinkommen. Und das ist auch ein Punkt, wo ich der Mannschaft sehr helfen kann. Druck ist es auf jeden Fall nicht, weil ich vom Naturell schon auch der Typ bin, der auf dem Platz gerne Kommandos gibt. Aber wie gesagt, ich habe das auch betont, das muss immer einhergehen mit der Leistung. Deswegen bin ich auch, was Führungsqualität angeht, noch nicht da, wo ich hin will, weil ich natürlich auch im ersten Schritt nach meiner Verletzung erstmal wieder darauf schauen musste, selbst in meine Verfassung zu kommen, um überhaupt diesen Anspruch zu haben. Ich glaube, da bin ich auf einem guten Weg und ich glaube, dass das alles so ein bisschen im Einklang funktioniert. Mit der eigenen Leistung kommt dann natürlich auch das Selbstvertrauen, noch mehr Führung zu übernehmen.